Ich denke, diese Situation ist eine große Herausforderung für alle Trainer und alle Mannschaften. Aber das wissen wir, das ist unser Job. Und mit der Maske an der Linie, wir müssen das machen. Das ist so. Das ist kein großes Problem. Ich denke, am Ende. Aber es wäre besser ohne das, das ist klar.